Boah, so Müll! Fuchsteufelswetwerdig, ne? Hast du die Reiken hier gesehen? Der hat die irgendwie verloren, Alter! Da soll ich jetzt echt den Teufel... Mach die Kamera aus jetzt, Alter! Gute Schicht, Leute! Das war's wieder mit den Bauarbeiten heute! Jetzt geht's erstmal Pokémon-Jagd, ne? Jetzt arbeiten wir an der Marianenstraße Richtung Marienstraße und in Magdeburg. Auf Auf! ... 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